Ich hab doch schon mal erzählt, als Ben versucht hat, seine Kamera zu verkaufen beim Ebay-Kleinanzeigen. Das war so geil, ey. Deutsche Verhandlungen. So, also, wie man in Deutschland verhandelt, ist ja auch so... Ey, mein Vater ist der König der Verhandlungen. So, immer mit so einem verschmitzten... Ja, die Fußmatten, die kommen ja dann noch dazu, ne. Das ist ja... Ja, Fußmatten können wir da auch noch reinpacken, so. Und am Ende vom Auto kauft er so... Ja, wir zahlen dann ja auch bar. Das macht's ja auch nochmal einfacher, ne. Ja, das macht das nochmal einfacher, Herr Gerdes, wenn man Bar bezahlt. Das stimmt. Ja, aber dann kann man Dachgepäckträger vielleicht nochmal gucken. Naja, können wir nochmal gucken, Herr Gerdes, beim Dachgepäckträger. Ja, muss man ja dann mal gucken nochmal. Und so verhandle ich mittlerweile auch. So, dann sag ich, ja, aber komm, wenn... Ich sag mal, ich rufe euch Montag schon an, dann habt ihr ja zwei Tage mehr Zeit. Das macht's doch auch für alle ein bisschen einfacher. Packt da doch noch einen Kasten Bier dazu, dann haben wir das glatt. So. Dann meint er, ja, okay, das ist 115 Euro. Boah, ja, 115, wie klingt denn das? Lass doch 110 machen und ich bring dir nächstes Mal einen Kasten mit. So. Das ist immer so richtig, richtig dummes Verhandeln. Dreist, ja, dreist ist das ja nicht. Ich find Feilschen überhaupt nicht dreist. Feilschen, der andere kann ja immer sagen, nö, kann ich nicht machen so. Bett kostet 500, mein Vater, ja, ich geb dir 100. Ich hab doch schon mal erzählt, als Ben versucht hat, seine Kamera zu verkaufen, beim Ebay Kleinanzeigen, das war so geil, ey. Ben, mein alter Mitbewohner Rocket Beans Ben, ne? Stellt seine Kamera ins Internet, stellt die auf seinen Tisch im Wohnzimmer und macht ein Bild davon. Und im Hintergrund ist halt sein Zimmer und auch sein Fernseher. Erste E-Mail, die reinkommt über Ebay Kleinanzeigen, was kostet Fernseher? So. Bett, ich verkaufe die Kamera, schreibt der Typ, brauche ich nicht. Kann ich den Fernseher abends abholen? Er so, alter, ich verkaufe keinen Fernseher. Oh, keine Antwort mehr. Nächste Mail? Ja, okay. Und die nächste Mail, voll langer Austausch. So, ja, hat die Kamera das und das? Ja, hat die alles, alles cool und so. Schreiben sich so zehnmal hin und her. Und ganz am Ende sagt der Typ, ja, kannst du die Kamera dann auch verschicken? Dann sagt Ben so, ja, sau ungern und so, habe ich superschlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber ja, können wir versichert einen Versand machen, kriegen wir irgendwie hin, bla bla bla. Meint der Typ so, ja, weißt du was, ich komme die einfach doch abholen übermorgen. Und dann machen wir 1200. Und Ben so, alter, das Ding steht für 3100 Euro im Internet. 1200. Meint der, ja, aber ich komme dir doch auch entgegen, ich komme doch extra rum, du brauchst die ja nicht mal schicken. So, das ist auch so geil gewesen, ey. Und was willst du so jemandem noch sagen? So, Dingi, ich wollte die nie schicken. Ja, 2000 Euro Porto gespart, wer kennt's nicht? Da kann man ihm ja wohl mal entgegenkommen. Habe ich doch erzählt, als wir umgezogen sind, hatten wir so eine Leder-Couch in der Wohnung, die wir loswerden wollten. Das war so geil. Wollten wir die Leder-Couch loswerden? Äh, reingestellt bei eBay Kleinanzeigen, nur Stress. Alles so Leute, so, ja, kann ich die reservieren und so. Und wir so, alter, wir machen kein Reservieren, da kommst du eh nicht, so. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Doch, ich komme auf jeden Fall. 20 Minuten später, ja, ich habe was anderes gefunden, ich komme nicht. Äh, so, und immer nur so hin und her. Dann meinten wir so, ey, pass auf, wir stellen das Ding einfach unten auf die Straße. Jede Wette in 10 Minuten ist das weg. Wir haben das Ding runtergestellt, 5 Minuten später lag jemand besoffen drauf, den vertrieben. 10 Minuten später war sie weg. Das hat ja leider irgendwie auch so überhand genommen. Es gab was in der Zeit, da haben Leute gute Sachen an die Straße gestellt und gesagt, zu verschenken. Und jetzt gehen Leute so durch ihre Wohnung und meinen so, ja, was habe ich hier? Ein altes Eispapier, angebrochene Packung Marshmallow, ich habe hier noch ein halbes Teeglas. Alten, irgendwie hier, so einen Zahnstocher habe ich noch da, der hat sogar noch so einen Nippel dran. Ja, packe ich alles in so eine Bananenkiste, schreibe zu verschenken dran, dann kann das vier Wochen draußen im Regen vergammeln. Schön dreckigen Lappen. Ja, grundsätzlich erstmal sind da immer Espresso-Löffel dabei. Jede WG, jede Studenten-WG, in der ich jemals war, besitzt mindestens drei Espresso-Löffel, aber keinen einzigen brauchbaren Teelöffel. So. Gabeln haben die grundsätzlich so eine, da ist der mittlere Zacken verbogen. Eine hat so einen Plastikgriff, wo eine Ecke schon abgebrochen ist oder nur dieser schwarze Ring obendrum. Und dann gibt es eine gute Gabel und die ist immer dreckig. Hat je einer was über eBay-Kleinanzeigen verkauft? Ein Mythos. Ich muss jetzt mal überlegen, ehrlich gesagt, ob ich mal was verkauft habe über eBay-Kleinanzeigen. Also verschenkt habe ich schon mal was über eBay-Kleinanzeigen verkauft, glaube ich, wirklich noch nicht. Aber ich bin ja auch überhaupt kein eBay-Fan, muss ich gestehen. Mach ich überhaupt nicht. Ich wollte ja mal meine Spiele-Sammlung verkaufen und meine ganzen Konsolen, als ich aus Wilhelmshaven weggezogen bin. Wollte ich das alles verkaufen und dann habe ich meinen Super Nintendo reingestellt und hat mir irgendwie, ich weiß, der stand für sau wenig schon drin. Mit allen Spielen irgendwie für 120 und ich hatte echt viele Spiele und so. Und dann hat mir irgendwie so eine Mutti geschrieben und meinte irgendwie so, ja, wir haben es leider nicht so dicke und so. Und ich könnte aber, ich könnte 60 Euro anbieten und ich könnte bei dir irgendwie die Bude putzen nächsten Monat, einmal die Woche. Wird das hinkommen? So, und dann habe ich so, hey, weil sie hat dann auch so geschrieben, sie würde denen halt voll gerne zu Weihnachten irgendwie ihrem Partner schenken und so. So, das ist die Masche auf eBay. Naja, zu sagen sie so, naja, der älteste Trick auf eBay, nee. So, und sie kam dann auch irgendwie wirklich her und ich dachte dann auch schon so, ja. Und dann stand sie halt vor mir und die war halt wirklich auch super nett. Und dann habe ich gesagt, ja, fuck it, kannst du haben. Habe ich denen einfach geschenkt. Und danach habe ich alle meine Spiele. Also ich habe meine ganze Sammlung ja verschenkt. Ich habe das ja alles im Kinderhallen geschenkt. Die Masche kommt leider oft. Ja, die Masche ist dann aber nur über Text. Getroffen habe ich die Leute von der Masche noch nie. Das ist ja immer die gleiche so, ja, wir brauchen den Schrank ganz dringend um drei Kinder und so. Das habe ich auch schon hundertmal erlebt. Aber die Dame hatte, glaube ich, wirklich Bedarf. Ich dachte danach, mein Gott, ich kann jetzt meine ganzen Spiele verkaufen für ein Appel und ein Ei. Aber wenn ich jemandem die geben will, der da wirklich Freude dran hat, dachte ich, ja, so Kinderheim, das ist, glaube ich, eine gute Aufhine. Dann habe ich meine Playstation, meinen Gamecube, meinen N64, die Switch. Nee, nicht Switch, sondern, äh, Wii. Plus alle Spiele und das ganze Zubehör habe ich dann an Kinderheimen verschenkt. Die haben sich bestimmt gefreut. Ich habe irgendwann auf mein alter Streaming-PC in Deutschland, das war ja irgendwie so ein alter Server-PC, das war ja noch so ein Geheimtipp. Da habe ich den Prozessor ja irgendwie noch für 10 Euro geschossen und danach ist der auf 250 Euro hochgegangen, weil sich dann rumgesprochen hat, dass das so ein Schnapper-Geheimtipp ist. Dass sie nichts einreden. Ey, ich bereue das auch überhaupt nicht. Es gibt halt Leute, die glauben, die Welt ist schlecht und es gibt Leute, die glauben, die Welt ist grundsätzlich gut. Und das bedeutet weder, dass man Pessimist, noch Optimist ist. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf Erfahrung an und so. Aber ich möchte einfach daran glauben, dass die Welt ein ganz guter Ort ist eigentlich. Auch wenn die Handwerker hier achtmal kommen und nichts reparieren. Und das bedeutet, dass die Welt ein ganz guter Ort ist.